Wir möchten euch heute einmal unser schönes Puzzle Weltreise vorstellen. Und zwar ist das ein Besonderungspuzzle, weil das einfach beidseitig bedruckt ist. Also ihr habt ja auf der einen Seite die einen Kontinente. Da sind dann halt auch viele, viele Details drauf. Was leben da für Tiere? Wie sehen die Menschen dort aus, die dort leben? Hier oben beispielsweise die Eskimos und so weiter. Also ganz süß gestaltet. Und auf der anderen Seite, also wenn man die ganzen Puzzleteile umdreht, dann sind noch mal die anderen Kontinente. Sodass man wirklich sozusagen die ganze Welt in diesem Puzzle vereint hat. Und ja, für Kinder einfach super lehrreich und interessant. Wer lebt da? Was gibt es da zu sehen, zu erleben? Und da kann man natürlich auch noch viel drüber sprechen. Und ja, ist einfach ein sehr schönes Puzzle ab sechs Jahre.